Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de, Ihrem Online-Auto für Marken-Relax-Sessel. Und ich zeige Ihnen heute den Himmola 7502 Cosiform in Longlife-Leder, lehmbezogen, manuell verstellbar, sehr bequem. Der Vorteil bei Cosiform ist, die Armlinie geht hier fließend über. Ich zeige Ihnen das mal, wenn ich jetzt, Moment, ich tue als erstes mal das Fußteil rein. Sie sehen, der Knick wird steiler. Hier oben kann ich das noch richten, wunderbar, drehbar. Und der Sessel hat eine Besonderheit, er ist höhenverstellbar wie ein Bürostuhl, deshalb für alle Größen geeignet. Also das ist ein Longlife-Lem. Ganz einfach zu bedienen, hier hat er einen Hebel fürs Fußteil, hier hat er einen Gasdruckfeder, nach hinten gehen. Und wie gesagt, dann macht es Sinn, hier nochmal nachzujustieren. Wunderbar, er dreht sich wunderbar. Hier ist der Fernseher, ganz klasse. Einfach zu bedienen, das ist immer sehr wichtig und strapazierfähig bei so einem Sessel, finde ich auch wichtig. Denn er soll ja jahrelang halten, deshalb Himmola. Himmola ist einer der Spezialisten. Hugla und Himmola sind in diesem Markt führend. Toller Sessel, Cosiform, Advertising, wir haben jetzt Schnäppchen bekommen. Übrigens, er ist nicht Medium, er ist nicht Small, er ist nicht Large. Er ist höhenverstellbar und deshalb für alle Größen zwischen 1,60 und 1,95 geeignet. Bei uns kostet dieses Schnäppchen aus Doppelbestellung 1.111 Euro plus 99 Euro Versand. Einmal nur dieses Stück. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Und unter profischnapp.de slash Neuheiten sehen Sie, was es Neues gibt. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de